Windows 10 kommt ja mit einer ganz anderen Menge Software daher, die man eigentlich nicht benötigt und das bei einer Neuinstallation. Was hat es damit auf sich und wieso können wir das nicht einfach entfernen bzw. wie können wir das einfach entfernen, ohne einen großen Mehrfahren zu haben? Das schauen wir uns dann gleich an in diesem Video. Mit Windows 10 hat Microsoft begonnen, immer mehr Bloatware zu installieren. Das heißt, wir haben vorab schon Programme installiert, Links-Anweisungen installiert und man sieht es auch ganz hier. Wir haben Links zum Xing, zu Candy Crush, Groove Music, Sion Music, Cortana ist auch aktiviert. Natürlich, das sind Sachen, die Bestandteile von Microsoft sind, aber viele Sachen, die man eigentlich nicht braucht, genauso wie Skype. Viele brauchen Skype heutzutage nicht und ich habe mir einfach Windows neu installiert und habe mir gedacht, okay, das sind wirklich viele Programme, wie kriege ich die am schnellsten von meinem Windows los, ohne dass ich wirklich bei jedem Programm hier einzeln draufklicken muss, muss OneDrive deinstallieren, OneNote deinstallieren, Skype deinstallieren, Microsoft News, glaube verwendet bis jetzt, ich kenne keinen, Spotify ist da drauf und noch vieles, vieles mehr. Das heißt, wir haben hier auch Xbox-Funktionen, ja, ich kenne halt keinen, der die Xbox-Funktionen so richtig nutzt, außer die Leute, die auf der Xbox spielen, die spielen aber nicht mit Windows 10 herum. Ja, wie sieht das aus, wie kriegen wir das Ganze weg? Ich habe einen kurzen Blogartikel darüber verfasst, wo ich auch einen Link dazu gegeben habe, zu dem sogenannten Windows 10 Deep Loader, einer Software, eine Skript-basierte Software, die es erlaubt, ganz einfach anhand der Skripts die Deinstallation von gewissen Programmen zu bewerkstelligen. Wir können dann auch gezielt auswählen, was wollen wir wirklich löschen oder wollen wir einfach alles removen mit nur einem Mausklick. Doch dafür ist ein bisschen Handarbeit von Noten und wir müssen die PowerShell dafür bemühen. Klicken wir einfach auf den GitHub-Link hier, ich verlinke euch den Beitrag unten in der Beschreibung natürlich. Einfach draufklicken und dann könnt ihr schon loslegen. Und dann folgt mir einfach. Ihr könnt natürlich auch dem Entwickler hier einen Kaffee spendieren, bei mir Kaffee und dann ein paar Dollar rüberwachsen lassen. Aber das ist kein Muss, das ist einfach nur, wenn man sagt, okay, man hat hier Gefallen dran gefunden, man nutzt das vielleicht regelmäßig oder kommerziell in einer PC-Bastelbude oder Werkstatt, sage ich jetzt einmal, dann kann man das auch hier nutzen. Und das Skript besteht im Prinzip aus mehreren kleinen Skripten. Hier sieht man die ganzen Skripte und wir können das Ganze einfach hier runterladen, indem wir hier auf Code klicken und dann sagen wir Download als Zip und speichern das Ganze. Ich habe hier ein frisch installiertes Windows 10. Das Einzige, was ich installiert habe, ist für diese Aufnahme eben ein Browser, weil ich nicht Edge nutzen möchte, habe ich hier den Vivaldi-Browser installiert, den ich hier gerne immer wieder empfehlen kann und sehr gerne nutze. Gut, wie geht es dann weiter? Wir haben jetzt hier den Deep Loader runtergeladen und können jetzt dann auf die PowerShell zugreifen. Unten sehen wir dann die Informationen. Es gibt hier die Möglichkeit, das Ganze silent zu machen, das heißt ohne, dass wir irgendwelche Auswahlmöglichkeiten treffen müssen oder über eine grafische Oberfläche, wo wir ganz einfach die Auswahlen treffen können. Und dazu müssen wir auf jeden Fall die PowerShell als Administrator öffnen als erstes und als nächstes dann die Policy ändern, damit der Deep Loader die ganzen Programme deinstallieren kann. Und einfach diesen Befehl dann ausführen, das machen wir dann gleich einmal gemeinsam. Und zuerst müssen wir dann auch das Tool hier entpacken. Wir gehen mal in den Downloads-Ordner und hier sehen wir schon, hier ist nur der Vivaldi drinnen, den kann ich auch mal hier rauslöschen und kann hier sagen, alles extrahieren, extrahieren und so weiter. Jetzt haben wir hier im Downloads-Ordner einmal die ZIP-Datei, die ZIP-Datei hier ZIP-Komprimierte, die kann ich jetzt löschen und habe hier den Deep Loader. Wenn ich es einfach haben will, kann ich diesen Ganze ins Temp-Ordner kopieren, ist aber nicht notwendig. Allerdings erspart das vielleicht ein bisschen Schreibarbeit. Das heißt, hier müssen wir uns einfach schauen, wie wir das machen. Wir gehen nochmal hier und schauen wir mal, haben wir auf C ein Temp-Verzeichnis, hier haben wir kein Temp-Verzeichnis. Nehmen wir einfach hier das Ganze und schieben es mal auf C. Jetzt haben wir es hier auf der C, Windows 10 Deep Loader und gehen mal in die PowerShell hinein. Wir öffnen hier links unten und geben ein Power und dann rechte Maustaste hier drauf und sagen als Administrator ausführen. Und jetzt sind wir schon hier in der PowerShell und jetzt müssen wir hier die Restriktionen einfach mal lösen. Und schließen wir mal die Fenster da im Hintergrund und sagen einfach Set. Dann können wir die Tabulatortaste drücken. Wenn wir das mehrmals drücken, kommen hier Vorschläge, was wir machen können. Und wir brauchen einfach nur Set- und dann beginnen wir Exe Tabulatortaste. Und hier sehen wir automatisch vervollständigt Abstand. Dann geben wir ein Un-Tabulatortaste. Undefined, nein. Nochmal Tabulatortaste. Un-Restricted und dann Minus-Force mit F und Tabulatortaste. Dann wird die Autovervollständigung über die Tabulatortaste gemacht. Viele kennen das von meinen Teilnehmern. In meinen Kursen unter Linux ist das gang und gäbe und auch in der PowerShell. Gut, jetzt haben wir die Berechtigungen, dass wir das Skript ausführen können. Das heißt, wir haben das Skript kopiert in das C-Laufwerk. Also wir müssen hier gehen und auf C gehen. Jetzt haben wir hier vorne ein C-Doppelpunkt. Ich hoffe, man sieht das hier. Ich schaue mal, ob ich das hier vergrößern kann. Wir machen die, nicht die Cursorgröße, die Schriftart machen wir hier etwas größer. Ja, schön und viel besser. Gut. Und jetzt können wir auch sagen hier, wir führen einfach dieses Skript hier aus mit einem Punkt Backslash vorne dran. Wir wechseln noch ins Verzeichnis CD Windows 10 Deploater Master. Jetzt wenn wir ein Tier machen, sehen wir hier die Dateien. Und wir brauchen diese Datei hier, die mit GUI endet für Graphical User Interface. Das heißt, wir haben hier eine grafische Oberfläche. Windows 10 Deploater GUI PS1. Wenn wir da starten, werden wir gefragt, Achtung, Sicherheitswarnung. Okay, dieses Skript kann jetzt potenziell alles mit dem Windows anstellen. Haben wir auch so ausgeführt. Wir haben auch die Möglichkeit, ins Skript hineinzusehen. Das heißt, der Source-Code liegt offen. Das heißt, hier sollte dann auch Vertrauen da sein. Mit M können wir das einmal ausführen. Und wenn wir da starten, sehen wir dann, wird hier die Deploater GUI geladen, die Optionen. Und hier haben wir ein paar Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Wir können sagen, remove einfach, also lösche die ganze Bloatware, die drauf ist, nach den Voreinstellungen von dem Programmierer. Oder wir können sagen, okay, Custom Blocklist machen. Hier können wir dann Custom auswählen, was wir löschen wollen. Da klicken wir mal drauf. Und dann kriegen wir eine ganze Liste von Sachen, die hier installiert sind. Installed all users. Und dann gibt es einige Sachen, die non-removable sind. Das heißt, die sind Bestandteil des Betriebssystems und können nicht gelöscht werden. Aber weiter unten sehen wir hier, haben wir dann schon den Windows Calculator, den Windows Store, die Fotos App, Ubuntu für Windows können wir dann hier auswählen. Hier .NET. .NET würde ich nicht runterhauen, weil einige Programme benötigen .NET immer und vor allem auch manche Spiele. Dann hier Screen Sketch, Store Purchase App. Im Prinzip können wir hier einiges auswählen oder wir sagen einfach Remove All, je nachdem. Dann sehen wir hier, wie das aussieht. Da Microsoft News wird hier entfernt, die Office Lens, Office OneNote, Office 3. Das heißt, hier die ganzen Sachen, die man normalerweise händisch alles Hand für Hand editieren müsste. Dann könnte man auch die Remote Desktop App, Skype App und alles auswählen. Und da geht es dann auch weiter mit den ganzen Bloatware Sachen wie Candy Crush, Wunderlist, Flipboard, Twitter und so weiter. Das, was die meisten Leute eigentlich nicht nutzen, aber von Haus aus mit installiert wird. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn wir fertig sind, können wir sagen Save Custom Allow List and Block List to the Customs List. Und dann können wir sagen Remove Bloatware mit dieser Custom List oder wir sagen einfach Remove All Bloatware. Wir haben dann unten noch die Möglichkeiten, auch die Änderungen in der Registry rückgängig zu machen und Cortana zu aktivieren oder deaktivieren. Cortana ist die Sprache, das Siri bzw. Alexa für Windows 10 und wir können den Dark Modus hier ebenfalls Enable Disable oder dass der Edge Browser nicht mehr für PDF standardmäßig verwendet wird. Können wir ebenfalls einschalten oder ausschalten. Dann können wir sagen OneDrive extra noch zum Deinstallieren über einen Extra Button und dann können wir auch sagen Schalte alle Telemetriedaten aus und Tasks, die im Hintergrund laufen. Das heißt auch alle Übertragungsdaten, die dann zum Beispiel an Microsoft gesendet werden, wird da hier ein Grundzug deaktiviert. Dann können wir die Teils vom Start Menü, die Teils, die hier sind, ebenfalls entfernen lassen. Hier sehen wir noch ganz viele, viel Software. Wir sehen hier, das ist wirklich ein frisch installiertes Windows und man sieht, wie viel da schon dabei ist. Natürlich, manches macht Sinn, aber 90% der Sachen, die braucht man nicht in der Regel. Dann können wir auch noch die Registry-Keys, Windows hat ja eine Registrierungs-Keys, eine eigene Registry, die können wir hier extra noch deaktivieren. Und dann können wir zu guter Letzt auch noch sagen, wir wollen das .NET installieren, das aktuelle .NET zum Beispiel. Sagen wir einfach mal Remove All Bloatware und schauen mal, was hier passiert. Also merken Sie sich, wir haben hier eine Liste mit einem Scroll-Balken, der elend lang ist. Hier haben wir acht Teils, nochmal acht Teils und hier nochmal in dem Teil noch weitere Teils. Also Icons zum Anklicken und wir gehen einfach mal auf Remove Bloatware und lassen ihn dann einfach in Ruhe arbeiten. Im Hintergrund sehen wir dann, was hier passiert, was er alles macht. Im Prinzip steuert dieses Programm hier nur die Shell im Hintergrund. Und deshalb sollen wir ihn auch nicht stören, währenddessen er irgendwas hier macht. Und einfach, auch wenn hier Fenster aufpoppen, diese nicht schließen, einfach arbeiten lassen. Und dann werden wir auch gleich sehen, wie weit das Ganze hier vonstatten geht. Sie sehen hier, Finished All Tasks. Und wenn das hier zu sehen ist, können wir dann hier weiterklicken. Hier sehen Sie, Finished All Tasks. Das heißt, das dauert nur ein wenige Augenblicke. Schauen wir mal hier rechts. Hier sehen wir auch noch, OneDrive ist auch noch da. OneDrive können wir mit diesem Button hier aninstallen. Das heißt, hier ein Klick drauf und automatisch wird OneDrive dann gleich den installiert und gelöscht von der Festplatte. Und dann können wir auch noch sagen, die Registry Keys hier ebenfalls disablen, beziehungsweise löschen und die Telemetrie Tasks. OneDrive dauert komischerweise irgendwie immer am längsten. Warum auch immer, das dürfte tief ins System integriert sein. Gut, hier sehen wir auch der Explorer, muss auch neu gestartet werden. Die Taskleiste verschwindet. Das heißt, hier sehen wir, dass wirklich tiefe Integration in Windows schon stattgefunden hat. Gut, OneDrive ist erfolgreich uninstalled. Jetzt sagen wir jetzt hier Disabled Telemetriedaten. Hier sehen wir, das Location Tracking wird disabled. Die Icon Task Bars werden disabled. Get All Tasks, also wiederkehrende Aufgaben disabled. Diagnostik, Tracking Services. Alles wird beendet und deaktiviert. Dann können wir auch noch sagen, Remove Bloatware Keys. Dann werden die ganzen Registry Keys hier rausgelöscht. Zum Beispiel die Xbox Sachen, Xbox Office Hub und so weiter. Wird alles herausgenommen. Und das geht wirklich easy und schnell. Das heißt, wir sehen hier, wir brauchen hier nicht mal eine Minute, wenn wir das Skript hier parat haben. Innerhalb von einer Minute haben wir die ganze Software von Windows 10 von der Software befreut. Unpaint Tiles vom Start Menü. Und das geht alles relativ fix. Dann können wir sagen, Cortana noch disablen. PDF lasse ich jetzt mal in Edge, weil ich habe jetzt noch keinen PDF Reader drauf. Wir können hier sagen, das dunkle Theme können wir enablen. Dann sehen wir hier die ganzen Menüleisten. Alles wird dunkel oder hell. Wir kennen das von aktuellen Smartphones her. Gibt es eben auch diese Möglichkeiten hier zwischen Dark und Nicht-Dark-Theme zu wechseln. Gut, im Prinzip war es das jetzt soweit. Schauen wir mal in unsere Taskleiste, was wir jetzt noch da haben. Wir sehen hier, die ganze rechte Menüleiste ist verschwunden. Und auch hier sind noch einige Sachen enthalten. Und wir können das Ganze jetzt noch weiter ausführen. Wir können jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier noch, schauen wir mal, Office, OneNote und so weiter. Dann sagen wir hier, remove bloated with custom Blocklist. Jetzt nimmt er die Blocklist her, wo wir die ganzen Programme auch dabei haben. Und jetzt wird es dann wirklich interessant. Hier sehen wir im Hintergrund die Office, Edge, Office und so weiter. Jetzt wird das anhand der Blockliste abgeglichen. Und die werden dann removed. Das heißt, hier haben wir schon mal ein Teil weniger. Und im Prinzip sollen wir jetzt mal laufen lassen. Warten wir noch ein bisschen ab. Und dann können wir gleich mit unserem frisch installierten Windows loslegen. Ja, ich installiere Windows 10 nicht mehr so oft wie früher. Das hätte mir viel Arbeit erspart. Ich bin ja eher auf der Linux-Ebene und macOS-Ebene zu Hause. Deshalb habe ich hier nicht die Notwendigkeit. Aber wenn ich hier jetzt mal für irgendwelche Familienmitglieder, Freunde und Bekannte und so weiter ein Windows 10 installieren muss, dann hilft mir dieses Tool schon dabei, das Ganze von dieser Bloatware zu befreien. Und ja, das finde ich wirklich eine tolle Alternative. Das dauert dann auch schon ein bisschen länger. Wir sehen hier über die Customlist, dass hier die Bloatware etwas länger braucht. Und jetzt sehen wir hier Bloatware removed. Schauen wir nochmal die Registry-Keys an, ob er hier noch welche hat. Im Prinzip können wir das öfters durchlaufen lassen. Das macht dann im Prinzip auch nichts aus. Und das sind im Prinzip Skripte, die das einfach nur abfragen und versuchen, alles Mögliche zu removen, was irgendwie möglich ist. Gut, schauen wir jetzt nochmal in die Task-Leiste rein. Und jetzt haben wir, ja, das ist alles im Prinzip. Wir haben hier Vivaldi, den habe ich ja installiert. Das heißt, er greift nicht die aktiven Installationsprogramme an, die jetzt drauf sind. Und ich habe hier wirklich nur das Minimalste, was vom Windows her dabei ist. Der normale Editor, der uralte Internet Explorer und so weiter, das uralte Paint. Und ja, das wird man einfach nicht zu 100% los. Wir könnten natürlich über die Customized-Blocklist nochmal hineinsehen und hier raussuchen, was noch alles da ist. Und dann noch zusätzlich deinstallieren, was halt möglich ist. Das, was nicht möglich ist, sieht man dann eh auch oben hier, Non-Removable. Da gibt es einige Programme, die nicht löschbar sind. Das heißt, damit müssen wir leben, aber so haben wir es zumindest möglichst eingegrenzt. Wenn wir damit fertig sind, einfach das Programm schließen, die PowerShell schließen und dann gehen wir auf C und löschen den DeepLoter zum Beispiel. Wir können dann auch sagen, okay, wir haben jetzt hier das Ganze jetzt gemacht und können dann auch hier zurückgehen und unser Windows jetzt genießen. So, jetzt haben wir wirklich ein cleanes Windows. Ja, mich würde eure Meinung dazu interessieren, was haltet ihr von dem Windows 10 DeepLoter? Habt ihr vielleicht selber immer wieder zu kämpfen mit dieser Software, wenn ihr Windows 10 installiert? Oder lasst ihr die Software einfach auf eurem System oder macht ihr euch die Mühe, das Ganze immer zu löschen? Mit dem Programm, sehr einfach möglich, kann ich jedem nur empfehlen und bin gespannt auf eure Meinung. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch schön. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video bald wieder. !